Das große Erlöschen Einem Leidenszustand wahrlich ist diese Welt verfallen. Man wird geboren, man altert, man stirbt, man entschwindet und man taucht wieder auf. Ein Entrinnen aber aus diesem Leiden, dem Altern und Sterben, das kennt man nicht. Wann wird wohl ein Entrinnen aus diesem Leiden, dem Altern und Sterben gefunden werden? Durch Aufhören von Bewusstsein hört Geistkörperlichkeit auf. Durch Aufhören von Geistkörperlichkeit hört Berührung auf. Durch Aufhören von Berührung hört Empfindung auf. Durch Aufhören von Empfindung hört Lebensdurst auf. Durch Aufhören von Lebensdurst hört Ergreifen auf. Durch Aufhören von Ergreifen hört Werden auf. Durch Aufhören von Werden hört Geburt auf. Durch Aufhören von Geburt hört Altern und Sterben, Kummer, Jammer, Leiden, Elend und Verzweiflung auf. So ist das Aufhören dieser ganzen Leidensmasse.